Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Paddy und Chrissy sind wieder für euch im langsamen Walzer unterwegs. Wir zeigen euch eine kleine Bewegung, die viele auch schon kennen sicherlich, die Kreiselbewegung. Allerdings aus Rechtsdrehung in Rechtsdrehung. Da verändern wir den Abschluss ein bisschen. Wir zeigen aus der Rechtsdrehung heraus. Rechtsdrehung war für ihn vorwärts mit dem rechten Bein, rückwärts mit dem linken. Auf der Rechtsdrehung ein bisschen mehr drehen. Eins, zwei, drei. Dann mit dem linken Bein in eine Achse bewegen, den Kreisel. Eins, zwei, drei. Und zum Abschluss jetzt einmal rück, seit, vorbei. Rück, seit, vorbei. Und wieder einmal zurückschwingen mit Schließen. Eins, zwei, drei. Ich zähle nochmal die Herrenschritte. Wir haben Vor, seit, in Kreisel. Rück, vor, rück. Rück, seit, vorbei. Rück, seit, schließen. Und wir haben das rechte Bein als Haar frei und können das Ganze von vorne tanzen. Wir tanzen es noch einmal durch. Ich zähle die Damenschritte. Wir haben Rück, seit, schließen. Vor, rück. Vor, vorwärts. Rück, vor, seit, schließen. Ja? Wir zeigen es nochmal aus der anderen Perspektive, also andersrum. Und vorwärts. Und kreisen, drehen, rückwärts, vorbei, zurück, mit schließen. Sehr schön. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Üben und schaut wieder rein bei Langsamer Walzer. Dies ist ein kleiner Teil einer Gesamtkombi. Freut euch auf die Kombi. Viel Spaß damit. Tschüss. Ciao.